Herzlich willkommen zurück, schön, dass du da bist. Mein Name ist Nick Geglinger und dieses Video musst du unbedingt sehen, bevor du dein eigenes Business startest, falls du noch keins gemacht hast. Ganz egal, wie alt, wie jung du bist, männlich, weiblich, wo du herkommst, du musst diese Punkte begreifen, ansonsten wirst du bitterböse auf die Schnauze fallen und enttäuscht werden. Legen wir direkt los. Warum mache ich dieses Video? Nun, ich mache dieses Video, weil ich seit mittlerweile fünf Jahren Menschen in die Selbstständigkeit begleite und dabei, glaub mir, habe ich schon Gott und die Welt erlebt, wirklich alles, egal wer oder was. Und ich habe dementsprechend hier ein paar Punkte zusammengefasst, von denen ich weiß, dass wenn du diese nicht beachtest und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dass es einfach für dich ein absoluter Fehlschlag sein wird, der nicht nötig ist, okay? Gleichzeitig weiß ich auch, welche Punkte jemand mitbringen muss, um sein eigenes Geschäft zu starten, um damit auch Erfolge zu erzielen, jetzt mal unabhängig davon, wo es ist und in welchem Zeitraum. Weil der Erfolg von deinem Geschäft hängt in erster Linie einzig und allein von dir selber ab, okay? Du musst mental stark genug sein, du musst auf die Dinge vorbereitet sein, damit du hier wirklich Durchschlagskraft aufbauen kannst. Kommen wir zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist der, wenn du keine Reserven hast, also wenn du null Kohle hast, starte kein eigenes Business, lass es einfach. Warum? Dein Geschäft wird definitiv etwas Geld erfordern, okay? Es ist absoluter Bullshit, dass du irgendwo ohne Startkapital starten kannst. Also du baust immer Startkapital. Es ist egal, ob du einen neuen Laptop brauchst, ein neues Handy brauchst, ob du vielleicht in irgendwelche Programme investieren musst. Es ist egal. Du baust immer ein bisschen Geld. So, wenn du keinen Cashflow hast, das heißt, wenn du keinen Job hast, mit dem du Geld verdienst, keinen Nebenjob hast, irgendwie nochmal eine Zusatzeinkommensquelle oder sonst was. Wenn du kein Sparbuch hast, wo nochmal 10.000 Euro drauf liegen zum Beispiel, starte kein Business, baue dir erstmal einen gewissen Cashflow auf, der deine Lebenshaltungskosten bezahlt. Warum? Es ist absoluter Schwachsinn, dass du hier schnell reich wirst mit irgendetwas. Ja, es gibt definitiv Geschäftsmodelle und auch Geschäftsmodelle, die ich verfolge, mit denen du binnen 30 Tagen, 60 Tagen, 90 Tagen, 10, 20, 30.000 Euro verdienen kannst. Das ist möglich. Auf jeden Fall. Es ist aber nicht die Regel, vor allem nicht die Regel für jeden. Denn du musst davor erstmal ein massives Wachstum in deiner Persönlichkeit hinlegen. Skills lernen wie Verkaufen. Du musst lernen, wie du Gespräche führst. Du musst lernen, wie du dich selbst managst, wie du produktiv bleibst, ja, wie Selbstständigkeit generell funktioniert, wie du alles zu strukturieren hast. Du musst das erstmal verstehen, bevor du richtig rausgehen kannst, um Attacke zu machen. Du kannst natürlich davor schon auch Attacke machen, ja, definitiv. Nur das Thema ist einfach, dass es alles immer ein bisschen mehr Zeit braucht. So, das heißt also, du brauchst Geld, um dich über Wasser zu halten, okay? Also spring nicht einfach ins kalte Wasser, ohne einen Backup zu haben. Einen Backup im Sinne von, dass du halt einfach Geld hast, was dich über Wasser hält, sollte es im ersten Monat nicht klappen, sollte es im zweiten Monat nicht klappen oder im dritten Monat nicht klappen. Und gleichzeitig auch, dass du Geld hast, was dir auch die Möglichkeit gibt zu investieren, dass du dir ein Coaching kaufen kannst, dass du dir ein Mentor einkaufen kannst. Nicht nur, dass du dir Mentoren oder Coachings einkaufen kannst, dass du in Werbung investieren kannst, dass du dir vielleicht eine eigene Webseite, einen eigenen Funnel aufsetzen kannst, ja? Hier sind das mal 100 Euro, da mal 200 Euro, da mal 300 Euro und die solltest du einfach haben. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, du musst kommunizieren und verkaufen können. Ja, es gibt Geschäftsmodelle wie beispielsweise Dropshipping oder Amazon FBA, wo du mit keinem Menschen reden musst, ja? Also da kannst du einfach einen Store online stellen, let's go. Nichtsdestotrotz brauchst du Verständnis dafür, wie Verkauf und Kommunikation funktioniert. Denn du musst Werbetexte schreiben, du musst nachher Texte auf die Seiten bauen, egal ob du Online-Shops baust oder Werbeanzeigen machst oder Funnels sind. Und selbst wenn du dich für ein Business entscheidest, wo du mit Menschen sprichst, um Dienstleistungen zu verkaufen, dann solltest du extrovertierter sein. Du solltest Lust haben, mit Menschen in Kontakt zu treten und vor allem auch keine Angst davor haben, auch mal harte Kritik zu kriegen, Feedback zu kriegen oder ein Nein zu bekommen, weil das gehört dazu und das ist völlig okay. Du musst nicht perfekt sein, wenn du startest. Das auf keinen Fall. Du solltest nur offen dafür sein und Lust haben. Du solltest vielleicht schon mal anfangen, dich mit dem Thema beschäftigt zu haben. Schau dir Videos zum Thema Verkauf auf YouTube an. Schau dir, hör dir Podcasts dazu an. Kauf dir ein paar Bücher dazu. Werd warm damit, ja? Sag mal, vielleicht deine erste Erfahrung, indem du Kellnern gehst, indem du beispielsweise vielleicht irgendwo an der Kasse arbeiten gehst, vielleicht in den Mediamarkt gehst und dort beratend tätig wirst, ja? Damit du einfach schon mal ein Gefühl dafür kriegst. Wenn du jemand bist, der total introvertiert ist, der keine Lust auf andere Menschen hat, der ungerne mit denen spricht, dann sage ich dir, wird das ein harter Weg für dich. Und ja, du kannst extrovertierter werden und du kannst auch als introvertierter Mensch lernen, wie du relativ zügig Lust hast auf andere Menschen. Aber das ist ein großer Punkt, der gehört einfach dazu. Wenn du Business machst, machst du Business mit anderen Menschen. Sie kaufen von dir, du kaufst von ihnen. Da gehört Kommunikation dazu. Der dritte Punkt ist mentale Ausdauer. Egal, ob es deine Eltern sind, deine Familie, deine Verwandten, ob es Freunde sind, Klassenkameraden oder sonst wer, sie werden dir im Weg stehen, sie werden dir auf den Geist gehen, sie werden dich zum Zweifeln bringen wollen, sie wollen dich stürzen. Sie wollen nicht, dass du weitermachst, sie wollen dich weiterhin in Sicherheit hegen und denken, dass es besser ist, sich anstellen zu lassen von einem anderen Selbstständigen, als sich selber selbstständig zu machen, was total paradox ist. Warum? Weil sie selber nicht an sich glauben und selber nicht an sich vertrauen. Du musst aber diesen Glauben und dieses Vertrauen in dich und das, was du machst, mitbringen und die nötige Durchhaltekraft und das Durchhaltevermögen, weil vertraue mir, früher oder später wird es knallen. Egal, wie du anfängst oder wann. Es wird früher oder später sein, wenn du durchziehst, konsequent bist und konstant Gas gibst, wirst du Fortschritte machen, du wirst wachsen und du wirst auf jeden Fall zu Erfolgen kommen. Aber nur dann, wenn du die nötige mentale Ausdauer besitzt. Wenn du damit nicht klarkommst, mal eine Zeit lang einen geringeren Status in der Herde, in der Gruppe, in der du bist, zu erleben, wenn du nicht damit klarkommst, dich auch von Freunden, Bekannten, Verwandten zu trennen, zu distanzieren, dann ist Business machen für dich nicht der Way to go. Es wird kein Business geben, egal, ob du irgendwie anfängst, Kaugummiautomaten aufzustellen, ob du Tischtennisverein aufmachst oder sonst was. Es wird kein Business geben, in dem alle Menschen kommen und sagen, Hurra, wir freuen uns, dass du das Ganze machst. Sie werden dir am Anfang im Weg stehen, so lange, bis du kommst, plötzlich mit einem dickeren Auto vor der Tür stehst oder plötzlich das Geschäft boomt, alle Leute von dir reden, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast und sie auf einmal sehen, oh, warte mal, das funktioniert ja. Und dann schleimen sie sich wieder ein und dann sind sie plötzlich alle wieder da. Das ist natürlich nicht unbedingt, es gibt natürlich auch Ausnahmen, das heißt, je nachdem aus welcher Familie du kommst, was du für ein Umfeld hast, kann es natürlich auch sein, dass du Glück hast und die dich alle sofort unterstützen und supporten und Lust haben, bei dir Kunde zu werden und richtig Gas zu geben mit dir. Aber in den meisten Fällen ist das einfach nicht der Fall. Mein absoluter Geheimtipp ist folgender, such dir einfach Mentoren. Und es sagt jeder und vertrau mir einfach, ich habe damals 2014 angefangen, mich selbstständig zu machen und habe nebenbei ganz entspannt Network Marketing gemacht, ja, Vertrieb einfach angefangen gehabt. Und der einzige Grund, warum ich durchgehalten habe, der einzige Grund, warum ich weitergekommen bin, der einzige Grund, warum ich nicht aufgegeben habe, obwohl ich das erste Jahr keinen Cent verdient habe, war der, dass ich Mentoren hatte und dass ich ein Team hatte, was mich verstanden hat, was mich unterstützt hat, was mir Feedback gegeben hat, was mir geholfen hat, weiterzuwachsen, was mir neue Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt hat. Und weil ich mich selber aktiv darum bemüht habe, von Menschen, die schon dort sind, wo ich bin, zu lernen und mir die Zeit zu geben, mir zu glauben und zu vertrauen, dass es machbar ist und sie mir den Weg gezeigt haben und ich hingegangen bin und gesehen habe, okay, ich komme voran, ich komme voran, bis der Durchbruch kam und der dann immer und immer wieder aufs Neue kam, wo ich auch ein Level Up zu meinen Mentoren gemacht habe, mir neue Mentoren gesucht habe, mehr Geld investiert habe, auf andere Seminare gegangen bin, noch erfolgreiche Menschen gesucht habe und dadurch meinen Erfolg weiter gesteigert habe. Und die haben nichts anderes gemacht. Keiner ist auf die Welt gekommen und hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Jeder hat von anderen Menschen gelernt. Das ist der Sinn und Zweck von uns Menschen hier auf dieser Welt. Und zwar der, dass wir Wissen miteinander teilen. Damals wurde Wissen überliefert, über Hieroglyphen, über Schrift kam nachher, dann wurde es gesprochen, dann wurde es in Bücher gepackt, jetzt mittlerweile in Videos und in Podcasts. Hier auf dieser Welt bist du da, deine Aufgabe ist es, Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrungen mit anderen Menschen wieder zu teilen. Und wenn du in einem Bereich weiterkommen möchtest und hochgehen willst, dann musst du diese Erfahrungen von jemand anderem kriegen. Warum zum Teufel gehen wir denn bitte zur Schule? Warum gehen wir studieren? Warum gibt es Ausbildungen? Naja, das passiert, weil das sind Mentoren. Unsere Lehrer sind Mentoren. Deine Dozenten an der Uni sind Mentoren. Dein Auszubildender in der Ausbildung ist dein Mentor. Er bringt dir Dinge bei, er teilt mit dir Erfahrungswerte, die du davor noch nicht hattest. Das ist der größte und einfachste Shortcut, den du gehen kannst, um das alles zu überspringen. Vorher aber schau, dass du ein bisschen Geld zur Seite hast. Schau, dass du mentale Ausdauer mitbringst und dass du Bock hast, mit anderen Menschen zu reden und zu kommunizieren, weil ansonsten bist du im Business komplett fehl am Platz. Und an der Stelle hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Teil das mit deinen Freunden. Schreib mir mal unten in die Kommentare rein, was dir dazu einfällt, was deine Gedanken dazu sind und vor allem auch, was für dich noch wichtig ist, um ein Business zu starten. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere es und aktiviere die Glocke, falls du das noch nicht gemacht hast, damit du auf keinen Fall ein neues Video verpasst. Check auch die Links in der Beschreibung aus. Dort teile ich unter anderem kostenlose Online-Trainings, Kurse und Coachings von mir, in denen ich dein Mentor bin und dir zeige, was du konkret machen kannst. Genau die Dinge, die ich nämlich mache und umsetze. Und an der Stelle freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao.